Moin Moin und willkommen zur achten Folge Dark Souls 3. Ja, abgesehen von Ausrüstung haben wir in der letzten Folge ja nicht allzu viel geschafft, aber ich denke, das ist auch ein Fortschritt. Ich meine, Ausrüstung und so weiter und so fort bringt uns ja letzten Endes auch weiter. Von daher ist das doch irgendwie ein Fortschritt. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wir werden jetzt nicht links, äh, rechts rum, links rum, sondern gehen, weil da ist ja der Drache, genau. So rum ist richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser eine Spacke, der sich da die ganze Zeit so am verwandeln ist, irgendwie noch ein bisschen zu heavy ist für uns. So, jetzt war erstmal schön, wenn der Spinner da kommt. Wir haben noch neun Bolzen über. Das haben wir jetzt, Hallo? Was haben wir jetzt an Verteidigung? 80 und 20 sozusagen. Absorption von 20, keine Ahnung. Ei! Warum habe ich denn noch die Armbrust drin, ich teppte. Was sollte das denn? Aha. Naja, aber ordentlich eine, die zimmert. Gibt es noch eine? Ja, noch eine? Auch. Jetzt wollen wir erstmal eine. Aha. Also jetzt merke ich das schon mit dem, mit dem Bewegen, mit dem Rollen. Hm. Hm. Das war jetzt blöd. Ich bin sogar gerade echt am überlegen, solange wir noch vier Estos haben und keine Heilzauber oder so, ob man nicht sich eventuell vielleicht sogar sich überlegen sollte, den Dingens zu machen. Guck mal, den kann man trotzdem vorher noch hier abgrabben. Die eine auf Estos umzustellen. Was bin ich am überlegen? Na? Ja. Ja. Ja, voll ins Kreuz, du keiner. Hast du nicht aufgepasst? So, der mit der Pimmel. Hm. Naja. Aha. Arschloch. Okay. Der eine da hinten hat reagiert. Der andere aber irgendwie nicht, wa? Am letzten Mal haben zwei reagiert. Mal ein Stück entliegen. Äh, von wegen, da ist noch einer aufgetaucht. Ah, du Arsch. Aha. So. Komm mal her, Freund der Sonne. Oh. Oh. Okay, war halt von dir. Das finde ich aber nett von dir, dass du da so lang läufst. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht hier mit den ganzen Spacken drumherum. Oh, sehr gut. Ach, das sieht aber doch relativ tot aus. Ich hoffe es. Alles andere wäre echt ätzend. Ja, kriegen wir das hin mit dem Sprungangriff? Nein. Nein, 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 nein. Na. Ja, super. Oh, naja. Irgendwie müssten wir auch ein Spacken kriegen. Sehr gut. Da müssen wir aufpassen, dass die Leichen nicht drauf fallen. Kann das sein? Ja. Na, der. Wird besser hier so ein bisschen Free-EP. Die wir definitiv gebrauchen können. Na, erstmal den hier. Oh, das ist ja angenehm. Das ist ja angenehm. Denn... Einer nach den anderen. Einer nach den anderen. Nichts haben sie zu melden. Und das sieht wirklich tot aus. Weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl, ich sollte kurz noch mal raufhauen. Hm. Ich werde nichts sagen, ne? Aber er hat kein Mesh. Aktuell. Das heißt, der wird angreifen. Irgendwann. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach, ach, ach. Ich will nicht gegen Drachen kämpfen. Drachen sind immer ätzend. Ach, die beten den an. Okay, verwandelt sich hier wieder jemand. Hahaha, du wolltest dich mal verwandeln. Nein, wollte er nicht. Egal, wir machen hier was. Oh, fuck. Oh, fuck. Wee. Wir werfen sogar noch mit Brandbomben. Ich glaube, wir sollten mal eben einen Abmarsch machen. Wee. Ist das auch noch ein Hund? Ne. Ist das nur er? Ey. Okay, das ist mal ein bisschen blöd. Da muss ich echt noch mal drauf klarkommen. Haha, guckt mal. Komm her, komm her, komm her. Äh. Ah, damit wir zielen. Ja, super. Haha. Toll. Naja. Naja, ganz okay. Ne, 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 bleib mal hier. Bleib mal hier, bleib mal hier. Genau. Du bleibst mal hier. Wunderbar. Noch besser als erwartet. Er ist noch da. Mit seinem Schild hier. Was war das? Ja. Was war das? Da wirft doch einer mit Brandbomben, ne? Au. Was geht's denn her? Was geht's denn her? Ist er da durch? Das gibt's doch nicht. Kommt was her. Da oben. Fucker. An die man in den A schauen kann. Okay, jetzt hat er ne Mesh. Na gut. Ihr kleinen Fuck. Oh Mann, da kommt man ja hoch. Warte, da unten höre ich noch mehr. Aber. Kriegen Header. Treffer. Treffer. Fuck. Hält sich sogar das Auge. Ach. Das findet er nicht so lustig. Ja, du Fucker. Du dummer Fucker, ey. Okay. Äh, wo ging denn das denn? Ach, naja. Okay, der macht nix. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Komm's da her. Ah. Perfekt, der fliegt durch. Ach, ist sogar tot. Perfekt. Da liegt noch was. Hm. Also langsam kommen wir doch ein bisschen vorwärts hier. Time to roll. Löscht. Löscht. Was bist du? Ein Fernglas. Okay. Hm. Das ist jetzt nicht so toll. Ich hätte jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet. Aber. Auch immer wieder nett. Oh Gott, ist das langsam. Kann man ranzoomen? Oh Gott, ich dachte schon, wir fallen da jetzt runter. Ranzoomen geht nicht. Okay. Jetzt ist lahmarschig. Aus. Aus. Maus ist besser als Pat. Hm. Ah, guck mal da unten. Da kommen wir auch nochmal hin. Alle bla. Kann ich das aber doch mal wieder rausnehmen. Verstopft uns nur das Ding hier. Hm. Nun gut. Was haben wir denn hier unten? Nochmal von den Spaten. Ach du Kacke. Die haben sie doch nicht mehr alle. Warum dann immer gleich so viele? Schatz voraus. Ernsthaft? Hm. Die Frage ist erstmal, wie man da hochkommt wieder. Jetzt ernsthaft. Aber wir probieren's. Wir haben mal zwei Heimtierknochen. Aha. Alles klar. Den werden wir dann nochmal äh, positiv bewerten. Und das Dankhorn. Goldenes Kieferharz. Was ist denn goldenes Kieferharz? Blitzverzauberung? Ja. Das ist Blitzverzauberung. Zweimal. Seltenes Kieferharz. Das goldene Funken versprüht. Die Brocken sind sogar noch seltener. Ah. Diese Brocken. Ach so. Die Brocken zum Verzaubern. Fügt der Waffe der rechten Hand vorübergehend Blitz hinzu. Der Ursprung ist unbekannt. Doch wird spekuliert, dass dies eine Art Pilzharz sein könnte. Mhm. Okay. Einen sehe ich hier. Da ist noch einer. Was ist hier was? Warum sollen wir den nicht abschießen? Was spricht dagegen? War immerhin unser letzter. Guck mal wie der durchdreht. Tööö. Findet der nicht so lustig, dass er keine Ahnung hat, wie er zu uns hinkommen soll, wa? Alter. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich hör da noch was. Ja. Genau richtig gehört. Fehler. Boah. Weg, weg, weg. Aha. Aha. Muss ja erstmal den machen. Hm. Oder erstmal überhaupt einen. Nein. Das war falsch. Da hab ich die Distanz ein bisschen verschätzt. Oh, diese Wache ist zum Kotzen. Ich mag sie nicht. Ganz ehrlich. Ihr habt diesen Knüppel schon in Dark Souls 1 gehasst. 2 war auch nicht besser. Und hier ist er genauso beschissen. Nee, 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 nee. Ich mag den nicht. Aber egal. Jetzt haben wir natürlich keine Polzen mehr. was auch ein bisschen blöd ist. Aber gut. Hauptsache, wir haben erstmal die Seelen wieder. Ja, die interessieren uns alle nicht. Fuck. Kommt trotzdem dazu. Nee, kommt da nicht. Sehr gut. Das ist doch mal gut. Können wir die hier einfach mal so abgrabben. So. Einfach mal abgrabben. Sehr schön. Bisschen Erfahrungskunke holen. Ich denke mal, das wäre jetzt erstmal sehr schlau, wenn wir das tun. VW irgendwie fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, zehnmal verrecken. So. Ich nehme da auch noch mit. Mal, das hängt da sogar noch so. Ob man den gleich noch backstabben kann. Na, gucken wir gleich mal. So, dich noch. Andere kann man da sehen, ne? Ach. Zwei sogar. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Frage, was brauchen wir dann eigentlich an Erfahrung? Was steht das hier? Ab 800. Ah, dann bräuchten wir also schon ein bisschen mehr. Ich hab mal gespannt. Okay. Sehr gut. Hm, was ist mit dem? Kriegen wir den auch? Ha. Das war ja einer von denen, die uns eben genödelt haben. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch den da hinten erwischen. Da liegt sogar noch was. Oh, sieht der uns? Bin mir nicht sicher. Okay, da kann uns nichts passieren. Äh. Weiser. Nein. Egal. Au. Du fucker. Für wen hältst du dich? Time to roll. Yay. Ich hab's geschafft. Hm. Sehr schön. Einmal alles wegmachen hier. Na ja, ich weiß, der Gegenstand liegt da noch. Und uns gleich. Keine Hornet. Wie dumm. Einmal alles kaputt machen hier. Ich liebe es. Ah. Zerstörung. Chaos. So. Besser. Brandbomben. Na ja. Was haben wir denn hier? Wer bist denn du? Hm. Ob man ihn treffen kann? Nope. Weil ich da trotzdem nochmal gucken will. Sind wir denn hier? Keine Ahnung. Hm. Da geht's runter. Ich hab 1300 Seelen. Da liegt nix, oder? Nope. Hm, hm, hm. Gibt's denn noch einen anderen Weg? Oben waren noch welche. Da ging's aber nur hoch und dahin. Na ja, gut, egal. Wir sollten die EP mitnehmen. Dum 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 dum. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da ist so nichts gekommen. So muss das. Na ja, manchmal sollte man halt einfach nicht zu defensiv spielen. Geht das alles auch ein bisschen besser. Das hat sich jetzt gerade aber eklig angehört. Alter. Schaut mal, der kackt. Oder guckt. Man weiß es nicht. Warum ist das jetzt ein Eckstabt gewesen? Was soll der Scheiß? Schaut sich das fies an. Aha. Lauf die Eier. Okay, das ist jetzt blöd. Ähm. Nehmen wir ein bisschen so. Genau. Genau so wollte ich. Nein, was soll der Scheiß? Das ist ja ein Dreck. Das ist nur kaputt. Ist er aber von Steam down gegangen oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Momentchen mal, ja? Ist doch alles okay. Was soll das? Schweinerei. Das bringt einen doch total raus, so eine Kacke. Das muss ich doch nicht sagen. Ja. Ist klar. Ähm. Hat er denn jetzt das da oben auch gespeichert? 1300? Natürlich nicht. Was soll denn der Scheiß? Wo ist der Spaten? Jetzt kommt er gerade zurück. Das ist schlecht. Na, toll. Jetzt geht er zurück. So. Und los geht's. Du machst gar nichts. Ah, sehr schön. Okay, wenn man weiß, wie es geht. Das ist schon ganz praktisch. Oh, 199 Schaden können wir schon machen. 4 Buff. 189 ohne Buff. Wow. Das ist ja jetzt nicht so viel. Würde ich mal so sagen. Naja. So, jetzt nochmal. Wenn hältst du dich. Gibt's ja wohl nicht. Wolltest du mich verarschen, wa? So nicht, meine Freunde. Nicht mit mir. So, was ist jetzt mit euch da oben? Der eine ist wach. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dem anderen. Gar nichts. Äh. Idiot. Mann, wir hatten zwar Hautschaden gekriegt, aber das musste ich einfach nutzen. 1500 haben wir aktuell. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und... Äh. Oh. Nein. Da hat der Fucker überlebt. Ah. Das ist immer so gemein, wenn sie mit so ein paar Popel-HP überleben. Na gut. Pech gehabt. Hat's doch echt einer geschafft, da oben auf den Drachen raufzukommen. Habt ihr das gesehen? Da oben ist eine Nachricht. Ah, okay. Wahrscheinlich kann man über den Schwanz da ranrollen. Äh, ranrollen soll ich schon raufgehen. Schauen wir mal. Ah. Wenn man hier... vorsichtig hochgeht. Ah, okay. Ab einem bestimmten Punkt fällt man. Okay, aber ich schätze mal... So würde es gehen. Na egal. Ähm. 1553 Seelen. Sollten die safen. Das ist zwar nicht so viel. Aber ich glaube, das ist schon ausreichend, dass sich das lohnt. Einmal ganz kurz hier hingehen. Die Spaten hier auch noch mal holen. Die haben wir inzwischen auch so einigermaßen raus. Bis auf den einen. So. Warten wir auf die Wufis. Du-di-du. Na komm, Wurf. Ich hab schon. Na. Jetzt. Ich frag mich echt immer noch, wo sich das eine mal hingefallen sind. Das ist eher eine von den beiden. So, Wurfi. Komm ran. Da können wir eigentlich auch ran. Brauchen wir nicht... Moment. Da ist ja noch einer. Den darf ich nicht vergessen. Der kommt auch gerade. Und da hinten kommt auch noch einer. Aber erstmal Wurf. Ey. Was spinnst denn du? Ah, tschüss. Hab sie da? Na. Wart da nicht. Sperrspacko braucht noch. Uff, was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Ziemlich verarschen. Was ist jetzt ungünstig? Kommt schon. Einer von beiden. Jetzt. Nicht gleich. Jetzt. Und, und, und. Ja. Perfekt. Ähm, ja. Geht noch. Nein. Okay. Jetzt haben wir auch noch den Sperrfuzzi am Arsch. Ah. So nicht. Ah. Wie gesagt, zu früh. Der holt immer so weit aus. Alter Schwede. So. Den muss ich eher aufpassen. Er holt viel zu lange aus. Ja. Naja. Wir stehen direkt neben Bonfire. Was das angeht. Also eigentlich gar nicht so schlimm. Aber trotzdem. Da holt er so extrem lange aus. Kann das ja auch nicht klappen. Na gut. Dann werden wir nochmal eben ganz kurz hier die Sparten wegmachen. Noch ein bisschen mehr Erfahrung holen. Dann wird das auch auf jeden Fall gelabort. Aufräumen. Dann haben wir auf jeden Fall zumindest schon mal das Level. Für die Semi-Tower. Ja. Bin ich froh, wenn ich dieses blöde Ding los bin. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Ich kann auch gar nicht genau sagen warum. Aber irgendwie mir gefällt das Moveset nicht. Vor allem wenn ich den... ...den Haken schlage. Der gefällt mir gar nicht. Das schaut doch mal gut aus. Das schaut doch mal richtig gut aus. Jetzt noch den Spaddel. Ey. Moment. Den haben wir auch noch nicht. 2000. Hm. Das könnte sogar noch für den Dings mitreichen. Für die Gaffe, oder? Ein bisschen Glück. So. Der stört sich ja auch nicht dran. Nein. Tut er nicht. Sehr gut. Warum geht das bei dem nicht? Komisch. Merkwürdig. So, Freund der Sonne. Ja. Ich bin auch, was war? Na? Arsch. Gut, dummer Penner. Möchte ich ja noch nicht rein. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den da oben nochmal richtig erwischen. Timing sieht gut aus. Timing sieht sogar sehr gut aus. So. So. Was war das denn jetzt? Naja. Hauptsache, er hat sie nicht alarmiert. Das ist das Wichtige. So. Oh, das sollte doch eigentlich inraunen. Zwei Level und ne Waffe, hm? Was meint ihr? Das sieht doch soweit ganz gut aus. Uff. Hopp. So. Überma, dass wir ihn nur den erwischen. Oh, so ein blödes Schild, ne? Und das mal verarscht er uns nicht. Fuck. 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 So. Jetzt noch die beiden da oben. Und dann haben wir's. Also, denke ich. Au. Fucker. Fucker. Gibt's aber nicht. Du dummer Fucker. Bam. Bam. So. Das sollte ja wohl jetzt reichen, hm? Schauen wir mal. Hui. Einmal zurück. Aber wenn das jetzt nicht reicht, das wär echt ärgerlich. Bauen zwei Geschicklichkeitspunkte. Und dann, glaube ich, nochmal 600 für das Wefflein. Das sollte doch wohl drin sein. Ich glaube, eine Seele hatten wir auch noch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin mir jetzt gerade aber wirklich nicht sicher. Ja, eine haben wir noch. Sehr gut. So. Ah, gut, nett. Wie kann ich... Ruhig vor, indem du uns... ...einmal die Warfe rüberreichst. Oh, vielleicht wird wir uns vielleicht erstmal geschickt nehmen sollen. Egal. Oh, oh, oh. Das wird vielleicht... ...ein Fatsch... ...wird vielleicht knapp. Schauen wir mal. Willkommen zurück, Maschinen-One. Also schon unser Zuhause geworden hier. Gut. Das ändert sich nicht. Geschicklichkeit. 811. Ja, doch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, ja. Danke. Wasser will mir nicht voll. Da wollte ich rein. Einmal, getter. Moment. Eigentlich hätte das doch reichen müssen. Ist das blöd? Moment. Eigentlich hätte das doch reichen müssen. Komisch. Egal. So, jetzt haben wir immer noch 431. Ich glaube... ...damit können wir uns sogar nochmal die Handschuhe holen, wenn ich mich nicht täusche. Aber erst mal viel wichtiger ist das Simitar. Ach. Endlich. Viel besser. So, wie sieht denn unser Schaden dadurch aus? Ähm. 102. So 116. Ja, wir verlieren ein kleines bisschen. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Oh. Interessant. Ist das dieser Wirbelangriff? Die Fähigkeit? Ups. Die Fähigkeit? Wirbelheb. Jupp. Einen schweren Angriff für einen vertikalen Wirbelheb? Mann, das ist doch aber horizontal. Ah. Okay. Geil. What the? Das ist ja geil. So rum ist nicht ganz so cool. Andersrum ist besser. Bam. Alles klar. Kostet zwar Fokus. Können wir aber nichts dran ändern. Aua. Oh. Gegenstand. Was können wir uns da noch leisten? Bolzen. Moment. 43 geht. Das machen wir dann auch mal, oder? 500. Hm. Nee. Dann kaufen wir nur... Das ist auch Quatsch. Wenn wir das nächste Mal wieder Seelen haben. Aufgeschissen. So. Ja, cool. Das ist doch mal eine geile Sache hier. Also wenn ich jetzt nur L2 drücke, macht er D. Äh. 2 D. L2. R2. So, jetzt kann ich das aber auch kombinieren. Bam. Jetzt würde mich mal aber interessieren, was ist eigentlich, wenn ein Fokus leer ist? Ob wir dadurch einfach nur weniger Schaden machen? Ich weiß es nicht. Aber, was ich weiß, ist, dass wir jetzt mal wieder am Ende dieser Folge angekommen sind. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Ischl. Bei am Fiore zuhören. week Kick Ç Up Off Not ещ